Was tust du, wenn du Liebeskummer hast? Ich höre Musik, lenke mich ab, rede mit Freunden. Ich weiß nicht, ich hatte noch nie welche. Also wenn ich Liebeskummer habe, dann lenke ich mich auf jeden Fall ab, gehe zu meinen Freunden, höre Musik, rede mit denen darüber, ja. Mit meiner besten Freundin reden, mich mit ihr treffen und Ablenkung suchen. Mit meinen Freunden darüber reden und dann geht das irgendwann vorbei.